herzlich willkommen zu einem neuen shop video heute sind die nächsten skins aus dem selben skinset im shop die auch gestern schon drin und zwar hier wie das letzte abrechnung set und im ganz normalen shop und echt bezahlen muss haben wir jetzt auch noch letzte abrechnungs paket also weitere skins aus dem set für 17,99 was tatsächlich ziemlich ungewöhnlicher preis ist normalerweise kostet das ja immer so 19,99 das wäre nicht der standardwert hier bekommen wir drei skins mit einem jeweiligen rücken accessoire und keine gleiter oder keine spitzhacke die noch dazu kommt drei skins ist auf jeden fall ganz nice kann man sich kaufen dann habe ich hier wie gesagt schon im shop den agent des chaos gehen sieht ziemlich strange aus und vor allem hier wenn der zweiten stil einfach hier dieses öl oder modder wie sich hier nennt wenn ich sieht aber deutlich eher nach öl aus sieht schon irgendwie ziemlich ziemlich komisch aus ist trotzdem ganz nice dann gibt es dazu die chaos sense die genauso strange einfach aussieht hier einfach diese schwarze flüssigkeit die da rum fließt da haben wir den aura skin spielen ziemlich viele ist ein nicer skin kommen sie auf jeden fall kaufen den gilt scan ist auch ganz nice dann haben wir den ira skin hat jetzt eine feuer variante glaube ich seit dem letzten mal bekommen ist ein eis und eben halt die ganze mal die standard variante das jetzt nicht strange ist wenn man eben gerade hier die beiden symbole gehen einfach aus dem fenster aus komplett los dazu gibt es auf jeden fall auch ein backpack hat auch ein feuer stil alter feuer stil gefällt wirklich wirklich richtig gut kann sich auf jeden fall auch kaufen dann gibt es noch schritt wechsel ist nice und sergeant brutzel der die ist jetzt glaube ich erst das zweite mal im shop ich glaube die wand das led oder ist neu reingekommen mit dem taco also mit griffi da ist das gerne auf jeden fall dann die stopp axt ja nichts wirklich besonderes dann schwarzer schleim als lackierung sieht ziemlich nice aus schön schwarz mit einer leichten animierung gefällt mir auf jeden fall und dann haben wir noch am wasser gebaut dann hat wie boxy mode vollkommen in ordnung und das war es mit dem shop video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten video ciao